Wunderschönen guten Tag zu diesem kleinen Breaking Video hier und tatsächlich hat es Sony gerade gemacht. Man hat Project Q vorgestellt und das ist ein Streaming-Handheld für die Playstation 5. Das heißt, ihr könnt intern in eurem Netzwerk mit dem Ding einfach in eurem Bett oder aber auch nebenbei, wenn euer Partner Fernsehen guckt, weiterzocken. Sowas, was sich Nintendo eigentlich schon mit der Wii U gedacht hat und ich bin mal gespannt, welche Details Sony noch veröffentlichen wird. Außerdem gibt es noch ein paar schöne Earbuds, mehr oder weniger schön, sehen ein bisschen aus wie Hörgeräte meines Erachtens nach, aber Sony bewirbt die nicht nur für die Playstation 5, sondern auch für den PC. Also auch hier wird man wahrscheinlich weiter in seinem Engagement voranschreiten. Außerdem gab es im Playstation Showcase noch einige Highlights, die ich euch nicht unterschlagen will. Mein persönliches Highlight war definitiv Alan Wake 2. Ich habe den damaligen Teil total gefeiert und das Remaster gibt es mittlerweile für ein paar Euro auf der Playstation 5 zum Zocken. Außerdem gibt es noch MGS3 Remake, also Metal Gear Solid kommt zurück, von Castlevania haben wir jetzt im Grunde genommen nichts gesehen. Aber es gab auch noch ein paar richtig schöne Sachen, wie zum Beispiel Assassin's Creed Mirage, was wieder aussah wie ein klassisches Assassin's Creed, Dragon's Dogma 2 und quasi auch noch den Nachfolger zu Journey mit dem Namen Sword of the Sea und das habe ich besonders gefeiert, denn das konnte ich mit meiner Verlob durchspielen und die kamen nicht mehr davon weg. Und natürlich auch noch das große Showcase am Ende zu Spider-Man 2, leider ohne Release-Datum. Aber das ist jetzt mal so meine ganz kurze Zusammenfassung von dem Playstation Showcase und ich bin gespannt, was Sony noch announcen wird. Erstaunt bin ich, dass der Project Q Handheld eigentlich aussieht wie in den Patenten. Also eigentlich hat man nur ein 8 Zoll Display zwischen einem Controller geheftet. Auf die Akkulaufzeit bin ich gespannt und wie sich das umsetzen wird, aber ich finde es trotzdem nicht schlecht, denn auch damals mit der Wii U habe ich das Gamepad gut genutzt und andere Leute konnten dann im Grunde genommen einfach ihren Fernseher weiter benutzen und man hatte seine Ruhe. Aber das war es jetzt erstmal mit der Breaking News. Ich gehe jetzt erstmal pennen und weise nochmal darauf hin. Ein ganz anderes Thema wird am Sonntag besprochen. Über viereinhalb Stunden haben wir den Zelda-TOTK-Podcast aufgenommen. Also hier wird es eine ganze Menge zu hören geben auf nerdpodcast.de und frei verfügbar für alle. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, bitte guten Abend, bis zum nächsten Mal und tschüss.